Montag, der 8. April 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag, ein ÜEi, natürlich nur bei unser Sammlerteam. Wir starten in die neue Woche und das mit einem Mädchenüberraschungsei der aktuellen Serie. Er kann enthalten sein Spielzeug, aber auch Frozen oder eben die Eiskönigin in Deutschland genannt. Ich bin also gespannt, was enthalten ist und bleibt unbedingt dran, denn morgen ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Dazu gleich mehr jetzt das ÜEi für Mädchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war es für heute wieder und morgen ist ja Dienstag, das wisst ihr sicherlich. Aber morgen öffnen wir hier das 100. Ei. Das heißt 100 Tage, 100 Videos. Freut euch auf morgen. Es wird wirklich spannend. Ich freue mich auf euch. Bis morgen. Alles, alles Liebe. Euer Stefan von unser Sammlerteam. Macht's gut, ihr Lieben.